Der Papst in der italienischen Katastrophenregion. Drei Wochen nach dem schweren Erdbeben in den Abruzzen besucht Benedikt XVI. die Gegend um L'Aquila. Bei Regen trifft Benedikt XVI. Überlebende in einem Zeltlager. Die ganze Kirche sei mit ihm und wolle helfen, Häuser, Kirchen und Unternehmen wieder aufzubauen, sagt das Oberhaupt der Katholiken. Behörden und Firmen, so fordert der Papst, sollten gemeinsam für eine Wiedergeburt der Region sorgen. Bei dem Beben am 6. April wurden 295 Menschen getötet. Etwa 58.000 wurden Schätzungen zufolge obdachlos.